Zieh dich mal bitte aus. So, jetzt wichst mein... Oh, 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 so. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde bad wars ich habe natürlich überhaupt kein thema für euch vorbereitet und es kann mal wieder drei wochen lang nix und nach diesem video wird es wahrscheinlich wieder nicht kommen aber ich nehme mir einfach mal vor jetzt einfach mal mehr zu machen heute spielen wir bad wars einfach aus dem grund weil ich einfach mal bad wars gespielt haben will tun auf meinem kanal denn ich habe bis jetzt überhaupt gar keine folge bad wars gebracht und ich dachte ja ist ein ganzer spielmodus und so warum nicht die map kenne ich noch nicht und ich habe mir den account hier ausgeliehen denn wir alle wissen ich spiele eigentlich gar kein komme das natürlich heißt dass ich mir eine counter ausleihen muss weil ich sehe das einfach nicht ein mir selber premium zu kaufen auf komme weil ich weiß nicht deshalb hat sich in letzter zeit echt unsympathisch gemacht aber das darum soll es einfach nicht gehen ich spiele halt bad wars wie jeder weiß und ja da ihr mir alle scheiß egal seid habe ich natürlich kein thema vorbereitet wie soll es auch anders sein und ich würde einfach mal sagen gehen wir mal direkt in die mitte denn da gibt es das ganze gold dann holen wir uns den bogen und dann ficken wir einfach mal ein weg ich hoffe ich komme dahin mit meinen blöcken ich habe ja nicht so viele blöcke oh fuck ich glaube das wird knapp 321 und jetzt haben wir keine blöcke kurz vor dem alter was macht er denn da baut sich direkt zu uns rüber was will der denn hallo du lo kannst du mal bitte weg gehen ich will mir schnell einen stock damit ich den weg hauen kann bye bye so den haben wir weg gehauen jetzt renne ich einfach mal direkt zu ihm rüber ich weiß nicht wo sein bett ist wo sind hier die betten wo sind hier die betten schnell schnell ich bin so low ich weiß einfach nicht wo die betten sind alter ne 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 das ist nicht sein ernst man das ist nicht mein ernst oh ich hab hier drunter geboxt oh ab wieder zurück oh jungs ich weiß nicht wo hier die betten sind ich spiele zum allerersten mal die drecks map hier und da fängt es direkt so an dass ich nicht weiß wo die ach hier sind die betten die sind da drin ok 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 wo ist der wo ist der wo ist der ich muss den einmal runter boxen damit ich mir schnell eine spitzhacke machen kann komm auf geht's schnell eine spitzhacke komm 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 her zack der weg zack perfekt jungs so den habe ich ordentlich weggefickt da hole ich mir einfach mal seine eisen dann mache ich mir erstmal schön ein schwert ich bin team rot glaube nein jungs unser bett wurde schon abgebaut mann fack bin ich behindert oder was oh ne ich bin so ein lobob ich bin so ein drecks lobob warum habe ich bitteschön nicht aufgepasst lol mein bett ist noch da das ist ganz lol ich habe gar nicht gesehen dass es gar nicht meins ist so wisst ihr was ich mein oh lol ich dachte schon jungs alter das ist das ist so eine erleichterung für mich so dann machen wir einfach mal hier ein bisschen rüstung ich bin so ein low in dem spiel eigentlich ist und ich hoffe es hat sich doch keiner zur mitte fort gebaut denn ich nein oh lol oh ich dachte fuck der holt sich das ganze gold ne ok nicht schlimm nicht schlimm nicht schlimm warum habe ich nichts zu essen gekauft ich bin so ein behinderter spaß wie soll ich denn gleich weg kommen egal ich werde natürlich versuchen erstmal alle hier runter zu boxen ich habe 13 gold oh da hat jemand schon einen bogen ich muss weg muss definitiv weg na nein der wird mich jetzt wahrscheinlich runter schießen aber das gute ist wir haben jetzt auch seine base das war ein boss like a play von mir ich muss mir erst mal was zu essen holen so nochmal 18 davon hier kommt er nicht mehr so schnell durch der hurensohn oh den besten weil oh ne ich will mir den zweitbesten weil dann habe ich dann habe ich kein ding wenn ich mir den besten geholt hätte dann hätte ich keinen 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 you know what i mean so dann holen wir uns nochmal rüstung es gibt keine rüstung für gold das heißt für eisen das ist so unaufgeräumt hier mann bei mir was will der denn da hinten ja dann würde ich einfach mal sagen wir gehen gleich wieder in die mitte und dann können wir uns mal ein bisschen so dann hole ich nochmal mein eisen ich bin hier total das ist für mich alles sehr total ungewohnt weil ich die ganze zeit bad wars auf cytoxian spiele weil da hat man nicht diese lästigen klötze im inventar sondern halt wirklich punkte weil kommt ja kein lebensserver ich will ja nicht pushen aber das wird der allerbeste server den ihr jemals zu gesicht bekommen kriegt werdet ich habe es heute mit meinem deutschen ich kann ja einfach mal über meinen schultag reden ich hatte heute lol ich hatte heute nur zwei stunden und das war wirklich echt geil weil ich bin halt ganz normal zur schule gekommen hatte zwei stunden mathe und dann auf einmal alle rasten sonst ja ja geil 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 alles fällt aus alles fällt aus und ich hänge mir so her wtf und dann ist halt wirklich alles ausgefallen ich habe dir nicht geglaubt und das war halt so wir hatten zwei stunden deutsch danach die sind ausgefallen danach hätten wir mittagspause halt auch frei danach al und danach gl und die beiden sind halt auch ausgefallen ich habe keine ahnung warum alle lehrer nicht da sind unsere schule ist einfach so unorganisiert das ist so schlimm so dann gehe ich einfach mal zur mitte und dann hole ich mir ein bisschen gold oh da ist schon einer in der mitte aber nein der wird mich weg ficken der wird mich weg ficken ok das war jetzt low von mir haha egal ich werde trotzdem gewinnen jungs dat sage ich euch und wisst ihr wie ich gewinnen werde ich will mir einfach einen stock denn der hat rückstoß as fuck dann hole ich mir noch ein paar blöcke und auf geht's jungs lol ich bin einer der einzigen der noch übrig ist fuck nein 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 wenn er jetzt zu uns rüber rennt dann sind wir amarsch dann sind wir amarsch dann sind wir amarsch ich brauch schnell ein stock 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 äh äh fuck ein stock und so ne low ah der kommt der kommt fuck der kommt der kommt jungs der kommt ich werde mich opfern ne der bleibt doch in der mitte Kann es sich mal entscheiden? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt ein paar Stöcke. Ein paar viele Stöcke und dann werfe ich die einfach alle hier hin, damit ich, falls ich sterbe, immer einen Stock habe, womit ich mich halt wehren kann. Denn das wäre halt echt in der Situation das Beste und ich habe eine Spitzhacke vergessen. Die darf natürlich nicht fehlen. Ich mache mir dann auch noch ein paar Spitzhacken, die ich dann hier hinwerfe, weil meine Taktik wird jetzt einfach YOLO sein. Das heißt, ich werde mir immer so Sachen kaufen und dann schön in die Mitte rennen und den ordentlich in den Arsch picken. Übrigens, der Typ, der mir den Account ausgeliehen hat, den kann ich mal in die Beschreibung packen. Also sein Twitter-Account. Nein, der, der, oh fuck, warum ist das so gut? Nein, warum trifft der denn alles, Mann? Seht ihr, genau das habe ich immer vor. Was? Nein, 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 nein. Das ist nicht sein Ernst, Mann. Das ist nicht sein Ernst, das ist nicht sein Ernst. Nein, 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 nein. Oh. Nein, komm, 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 komm. Nein. Fuck. Ich habe mich gerade selber gefickt. Oder? Oder? Oder habe ich mich selber gefickt? Ich habe mich selber gefickt. Ich habe mich selber gefickt. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ja, du low, Alter, du low. Du kriegst mich nicht, Mann. Habe ich den runtergeboxt? Ich habe den jetzt nicht wirklich runtergeboxt, oder? Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. So, und jetzt wird er in den Arsch gefickt. Jetzt wird er sowas von in den Arsch gefickt. Jetzt renne ich dem hinterher. Aber heilige Mammuta. So, jetzt fick ich den in den Arsch. Lol, der Faggot, der ist runtergefallen. War sein Spassi. Komm, 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 komm. Komm, 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 runter mit hier, runter mit hier, runter mit hier. So, 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 Junge. So, jetzt reicht es mir. Nein. Ich habe gewonnen. JJ, Jungs. Alter, das war krass, ey. Ich konnte heute leider nicht so viel reden, weil, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war echt geil, Mann. Gebt mir einfach mal ein Like, wenn ihr mehr Bedros sehen wollt. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich bin der Baba. Und hiermit verabschiede ich mich. Tschüss. Tschüss.